Oh, da drüben ist eine große Box voller Süßigkeiten. Carrie Mae, geh rüber und versprüh deinen Zauber. Der einzige Zauber, den ich hier vollbracht hab, war rauszukriegen, dass ich neun Jahre lang auf dem College bleiben konnte, um nicht in meinen Wohnwagenpark nach Idaho zurückzumüssen. Versuche, einen Weg in sein Herz zu finden. Geh rüber zu ihm und rede mit ihm über irgendwas Belangloses. Entschuldige bitte. Weißt du, wo sich das Scheißhaus befindet? Ich muss mal was Braunes absäulen. Ah. Geh weg. Was hab ich falsch gemacht? Oh, schon gut. Es ist nur so, dass Männer manchmal auf Frauen stehen, die einfach ein kleines bisschen geheimnisvoller sind. Also, versuch's nochmal. Geh wieder hinten. Entschuldige bitte. Weißt du, wo sich das Scheißhaus befindet? Ich muss da drin was Geheimnisvolles erledigen. Muss was Braunes absäulen. Dafür bin ich noch nicht betrunken genug. Was sehen die von uns? Was sehen die von uns?